Und wir sind zurück. Nun wollen wir uns mal um die Zombies kümmern. Oh. Wieso kommen denn schon, wenn da so viele nach? Das muss doch nicht sein. Ich glaube, das war's jetzt aber. Ja, das war's. Wo ist denn dieser Schmelzofen? So groß kann das doch hier nicht sein. Vielen Dank. Sehr aufmerksam. Fuck. Ich komme zurück. Ja. Perfekt, dieser Feuerzauber. Wäre meine Rüstung noch besser, würde ich das auch länger aussagen. Manerbrunnen. Tut mir leid. Vielleicht kann ich den Zauberer gleich nochmal brauchen. Leben auch. Oh, da oben ist irgendwas. Irgendwas ganz böses. Wahrscheinlich eine Art Endgegenau. Da wollen wir uns mal vorbereiten. Das dürfte reichen an Vorbereitung. Probieren wir gleich mal den Ruhe Zauberer. Äh. Den Versöhrungszauberer aus. Okay. Wer ist das? Hallo? Oh. 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 Wer scheint die anderen zu kommandieren? Ah, hier schickt überhaupt nichts mehr. Sie köpft ihnen wirklich nichts mehr. Okay. Ein Zombie, der Zombies gestört. Das ist nicht was Neues. Ja. Ja. Jetzt muss ich. Das ging ziemlich schnell. Aber hier ist immer noch kein Schmelzhof. Ich will den Schmelzhof. Jetzt. genug Gold haben wir ja. Vielleicht hier hinter. Vielleicht haben wir ja jetzt. Hier hat schon jemand vor uns geültet. Das war reichlich. Da ist er. Da ist er. Der Schmelzhof. der Weg ist frei. Okay, dort rüber. Oh. Zwei. Wie ich vermutet hatte, Lord. Da ist der Durium schmelzofen. Du. Die musst du sofort in den Turm zurückbringen. Hoch, meine Schergen. Hoch, hoch. Ich kümmere mich so lange um diese. Um diesen Abschaum. Nun kümmere mich so lange um diesen. Lord. Was? Schon besiegt? Das geht aber schnell. Okay, dann nähnt ihr den Schmelzofen. Schnell. Oh, ein Objekt. Ich mag Objekte. Ich auch. Und besonders dieses. Ein sehr großer Schmelzofen. Ein riesiger. Der würde sich gut in meiner Schmiede machen. Aus dem Wegstuhl. Du wirst uns nicht aufhalten. Mach eine. Perfekt. Sehr schön. Endlich. Endlich. Aber wir müssen ja noch wieder hoch. Automatisch gespeichert. So. Die Stadt ist Fürst Ferdinand inzwischen völlig egal. Hier ist der Ausgang. Ich würde sagen, kehren wir erstmal in unseren Turm zurück und gucken uns den Durium-Schmelzofen doch mal an. Wir bereiten uns etwas vor auf den Kampf gegen Fürst Ferdinand, den finsteren Paladin von Himmelsschlitz. Unsere Brauen sind inzwischen sehr gut ausgerüstet. Tor. Oh. Ein Blick auf meine Uhr sagt mir, dass uns die Zeit wegläuft. Mist. Der Durium-Schmelzofenherr. In ihm steht ein wesentlich robusteres Material, das er standhafter macht. Der sucht die Schmiede und findet heraus, über welche neuen Formen er verfügt. Okay, dann müssen wir das nochmal. Und ich würde sagen, im nächsten Video mehr. Bis dann. Bis dann.